Hallo meine Lieben, ich möchte euch diese Woche meinen wunderschönen Studiengang Medizin etwas näher bringen. Die meisten denken ja bei Medizin daran, okay man kann dann irgendwie 5 Jahre Medizin studieren und macht dann eine Fachrichtung und ja ist dann halt Arzt. Stimmt schon, aber auch nur zur Hälfte. Deswegen möchte ich euch diese Woche etwas mehr davon erzählen, was man nicht noch alles machen kann, wenn man sich dafür entscheidet Medizin zu studieren. Nummer 1 wäre die Informatik. Es gibt momentan so viele Veränderungen, die sich darauf beziehen, dass man mit der Technologie arbeiten muss. Falls man also ein Geek ist und sich eigentlich auch für viele technische Sachen interessiert, kann man mit Medizin und dieser Passion oder Leidenschaft auf jeden Fall in der Medizin Informatik mit daran tüfteln und forschen, wie Geräte noch besser werden und wie man halt sonst den Menschen auf diese Art und Weise besser helfen könnte. Total interessant. Nicht so meins, aber ich bin mir sicher, dass ihr das nicht unbedingt mit Medizin in Verbindung gebracht hättet. Die zweite Berufsfeldvariante wäre Medizinjournalismus. Hat man also etwas Lust zu schreiben, zu forschen, vielleicht über seltene Krankheiten zu schreiben oder über ganz innovative Heilungsmethoden, ist man auf jeden Fall auch in der Medienbranche mit einem Medizinstudium sehr, sehr gut aufgerufen. Mein letztes Berufsbild, womit ich selber gar nicht gerechnet hätte, ist halt natürlich Gesundheitsmanagement. Damit meine ich, man kann als Unternehmensberater mit einem Medizinstudium wirklich nicht nur die ganze Welt bereisen, sondern auch wirklich daran arbeiten, dass Krankenhäuser quantitativ besser arbeiten, dass Menschen, die an Krankenhäusern tätig sind, bessere Arbeitsbedingungen haben und so mit seinem Wissen von dem Studium und natürlich dem Training, den man als Unternehmensberater als Beispiel erhält, an den Strukturen arbeiten, die unser Gesundheitssystem ausmachen. Das ist auch total interessant, besonders für die, die sehr kommunikativ sind und gerne irgendwie an der Wurzel von Problemen arbeiten, kann man da sehr, sehr viel machen. Ich finde diese drei Felder sehr interessant und hätte auch gerne vorher schon von denen gewusst. Und falls ihr euch dafür interessiert, Medizin zu studieren und einfach nur Interesse an dem Stoff habt und noch nicht genau wisst, ob ihr euch in einem Krankenhaus sehen könnt, würde ich trotzdem den Studiengang in Erwägung ziehen, da euch am Ende des Studiengangs sehr, sehr viele Türen offen stehen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ich hoffe, das war interessant für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eines der anderen Videos auch anschauen würdet. Und damit verabschiede ich mich und sehe euch nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.